Hallo und herzlich willkommen bei HistoryHeroes.de Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Also, wir reagieren heute auf unser Video, und zwar unser neuestes Video. Das ist die Folge 50, Gefahr. So. Wenn ihr euch da wundert, ich habe ein undichtes Fenster, da hinten ist ein Handtuch unten drunter. Das muss da liegen, weil es tropft gerade rein. Leider sind Handwerker gerade sehr, sehr selten zu bekommen. Deswegen habe ich da nach wie vor noch ein Handtuch drunter. Also bitte nicht dran stören. Genau, also, 50. Folge, Gefahr, Kapelle, sie heißt Gefahr, Kapelle, wilder Fluss, die Wutachschluck. Teil 2. Genau. 50 Shades of Heroes, sagt gerade der Pion. Naja. Ich weiß nicht. Kann man mal sagen, ja. Kann man mal so sagen. Wir müssen mal einen raushauen. Gut. Ach, vielleicht kommt noch der ein oder andere Zuschauer. Dann warten wir einfach mal. Neulich kam jemand hier in den Stream und hat gefordert, wieder Reactions zu machen. Und ich habe hier auf Twitch, also wir befinden uns gerade auf Twitch, nicht auf YouTube. Und ich hatte halt gerade eben Space Engineers gezockt. Und war ganz enttäuscht, dass wir nicht auf unsere Videos reagieren. Aber jetzt lass mich mal kurz gucken. Vielleicht kann ich da noch was ändern, indem ich in Just Checking reinsteige. Und vielleicht haben wir ja jetzt quasi in dieser Kategorie mehr Erfolg. Ein, zwei, äh, Zuschauer zu gewinnen. Gut. Also, dann fangen wir mal an. Folge 50, Gefahr, Kapelle und Wilder Fluss, die Wutachschluck, Teil 2. Es geht los. Hallo und herzlich willkommen bei History Heroes.de. Ah, das Intro, das machen wir nochmal neu. Sorry, es ist einfach nur geil. Hallo und herzlich willkommen bei History Heroes. Also, ja, Björn hatte sich zu dem Zeitpunkt, ich sag's glaube ich jedes Mal, eine Drohne gekauft. Und wir sind alle so hin und weg von dieser Drohne. Weil die einfach die geilsten Aufnahmen ever macht. Also, gerade dieses Herumfliegen und so. Und ja, es sieht schon geil aus, wie wir dastehen und einfach in eine Richtung gucken. Ähm, schon der Hammer. Die E. Die Musik passt besser, ja. Finde ich auf jeden Fall. Dementsprechend passt bitte auch, wenn ihr den Weg hier langsetzt. Oh, lasst mich nachatmen. Lasst mich bitte, ähm, raten. Es kommt vielleicht bitte. Bitte achtet auf eure Wanderschuhe. Läuft. Genau, äh, was Christian sagt. Ganz wichtig. Ah, mal gucken. Ist mein Lieblingsspruch seit neuestem. Egal, wo ich hier laufe, bitte festes Schuhwerk mitnehmen. Seid bitte vorsichtig. Wetter, ihr habt die Plätze für euch alleine. Einfach nur Hammer gewesen dort. Ja, und vor allen Dingen ist hier die Natur mal ganz anders. Nicht immer so wie aus dem Bilderbuch. Das war auch mal mit einer Kante. Ja, das ein oder andere Regentröpfchen mehr. Das macht's aus. Und, ja, findest du nicht, dass das hier so ein bisschen was von Herr der Ringe hat? Nee, ich dachte eher, Hund von Basketball. So ein Moor. Ja. 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 Nachher. Ähm, ja. Ja, Moor stimmt auf jeden Fall. Und ich muss euch sagen, was mir halt einfach gefallen hat, war... So, also ihr seht hier den... Oh, guck mal, was ist denn hier? Oh, alte Runde! Oh Gott, ich fange wieder an, Quatsch zu machen. Auf jeden Fall war da tatsächlich Ruhe. Wir haben sehr wenige Leute getroffen. Und, ähm, gerade wenn man von dem Einstieg, wo wir geparkt haben, nach unten läuft, äh, in, ich glaube, dieses verlassene Örtchen dort, und nicht mehr existente Örtchen, wo noch die Kapelle existiert, ähm, dann ist es schon ein Erlebnis, genau. So, die Kapelle hat man stehen lassen. Ich würde vorschlagen, Kaffee und dann die Kapelle erkunden. Ja. Gut. So, über diese kleine Brücke hier. Und du kommst dann hier hin. Bärchtest hier diese Grotte aus? Ja, ja, da unten links sieht man sie. Meine, äh, neue Taschenlampe, die ich natürlich von den weltbesten Freunden, die man sich nur wünschen kann, äh, geschenkt bekommen habe. Diese Taschenlampe hat leider nur 150.000 Lumen. Und wenn man reinguckt, ist das nicht zu empfehlen. Und, ähm, ich sag mal, die Grotte war da taghell. Ja, Philipp. Sehr eindrucksvoll. Also hier wird vermutlich mal so was wie eine Art Lutgerot. Ne? Ne? Das ist eine Taschenlampe. Da braucht ihr nicht mehr mit Flutlichtern und keine Ahnung was arbeiten. Die Taschenlampe regelt. So oder so gestanden haben. Aber ich glaub, da haben auch Anwohner bei der, äh, ein UFO gemeldet oder so, weil die irgendwie ein Licht im Firmen gesehen haben, was da nicht hingehört. Äh, also, ziemlich übel die Taschenlampe. Also, das ist auch so geil, wenn ich jetzt hier von meinem Dachfenster aus auf dem Parkplatz, äh, mit der Taschenlampe leuchte, da ist halt der Parkplatz hell. Du kannst da lesen. Ich hätte nie die Möglichkeit, dass solche Dinger existieren, aber... Ja, bei Amazon kriegt man halt so einen Scheiß. Ähm, erstmal muss ich feststellen, die Musik unter Malerung ist einfach, äh, sagengehaft. Es passt einfach zu dem Titel. Ich find's genial. Äh, das zweite, was man halt hier sieht, ist, ähm, wir waren tatsächlich nicht, ähm, 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 beim schönsten Wetter. Man sieht hier auch den Fluss tatsächlich mal etwas wilder. Der ist sonst, äh, nicht so wild, wie wir ihn jetzt hier sehen. Und das Geile ist halt einfach, ähm, wir waren alleine. Also, ich wiederhole mich, ja, ich weiß. Aber da war keine Sau. Das war echt genial. Ich kann's einfach nur jedem empfehlen, da mal einfach mal, ja, bei so einem Wetter dahin zu gehen. Das ist eine ganz andere Natur. Klar, man kann sich nicht nirgends hinsetzen, weil es nass ist. Ähm, ja, und man kriegt dreckige Schuhe, äh, das mag ja auch nicht jeder. Ähm, aber wozu gibt's Plastiktüten, wo man sie dann reinstoffen kann, also von dem her. Macht das unbedingt. Und gerade die Wuthafschlucht, das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Und ich war mal vor Jahren da, bei bestem Wetter. Äh, das war so vor vier, fünf Jahren. Ähm, und, ähm, da hab ich die Schluchte von einer anderen Seite kennengelernt. Von der schönen Wetterseite. Ähm, ist auch schön, keine Frage. Ist wunderschön, aber total überlaufen. Hm. Also, ja, ich bin nicht der Typ für Menschenmassen. Und auch so hier die Felsen, wenn euch das alles interessiert, ihr könnt da hingehen, ihr könnt da mal anfassen, ihr könnt es berühren, ihr könnt es fühlen, das ist, ja, wirklich schön. Herzlich Willkommen zu unserem zweiten Timelapse. Da hat der Björn eine wunderschöne Timelapse gemacht. Ähm, das ist sehr schwierig mit dem Schnittprogramm, die, 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 das er da verwendet. Ähm, genau. Also ich finde so Teilmaps sowieso immer geil. Teil des Wuters. Gerne mehr. Nach Schlucht Abenteuers. Wie ihr seht, sind wir auf dem Weg nach unten. Oh, ja. Natürlich haben wir Teil 2. Ähm, es gibt auch ein Teil 1 Video. Teil 1 Video. Ich glaube, das ist die Folge 48. Oder 49. Ich glaube, 49, ich glaube, die, ähm, Werbevideos haben bei uns ja gar keine Nummerierung. Auf jeden Fall, ähm, schaut euch das mal an. Das ist richtig geil. Ähm, das ist eine richtig geile, äh, Geschichte dort. Laufen wir gerade von da oben, äh, vom Stich rein zur Burg. Ich glaube, Burg Boll heißt das Ganze. Ähm, Björn korrigiert mich sicherlich gleich, wenn ich falsch liege. Und, ähm, gehen dann runter quasi in ein Ort, was dann nicht mehr existiert. Aber jetzt spoil ich wahrscheinlich wieder zu sehr. Lief hinab in die Schlucht auf dem Weg zu einem ehemaligen Kurort namens Bad Boll. Was wir dort erlebt haben, seht ihr in dieser Folge und wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen. Nach ganz kurzem Wort zum Equipment. Ja, ich weiß, das sage ich jedes Mal. Also, mittlerweile haben wir da sehr viel Geld für ausgegeben. Und, äh, fangt das Hobby gar nicht an. Das ist einfach viel zu teuer für euch. Für uns auch. Ähm, also alleine die Kamera, die ich da in der Hand habe, die kostet 6 bis 700 Euro. Dann hat der Björn eine Drohne für 6 bis 700 Euro. Macht schon 1.400 Euro. Dann hat er diverse Kameras nochmal für 1.000 Euro. Dann hat er sich, äh, Bluetooth-Ansteck-Mikrofone weit über, glaube ich, 100 Euro gekauft. Also auch, ich schätze mal so 200 Euro aufwärts. Sind wir schon alleine damit bei 2.600 Euro. Ähm, und Schnittprogramme, all das kostet ja auch noch alles Geld. Sind wir bei weit über 3.000 Euro, was wir da schon an Technik ausgegeben haben. Ähm, ja, genau. Björn schreibt gerade im Chat, wir sind halt einfach verrückt. Oder wir haben einfach das Geld dafür. Ähm, um das mal noch zu erwähnen. Ja, also dieses Hobby ist echt verdammt teuer. Und, ähm, bevor man sowas macht, sollte man einfach über die Grundlagen verfügen. Ähm. Und, ähm, keine Ahnung, das langt nicht eine iPhone-Kamera. Das langt einfach nicht. Ja. Ihr braucht da was Geschickteres wie so ein iPhone. Und dann langt auch nicht, ähm, das... Keine Ahnung, so ist es Billig-Schnittprogramm von Microsoft, was da mitkommt, ja. Damit habe ich auch schon gerne Videos geschnitten. Aber es ist einfach buggy. Das ist einfach scheiße. Dann wollt ihr noch Effekte dafür haben. Das kosten auch nochmal extra. Dann wollt ihr... Braucht ihr allein dieses Logo hier, ähm, zu basteln. Braucht ihr noch ein Malprogramm. Äh, jetzt kostet ja alles Geld, ja. Also da, allein das Malprogramm hat mich 200 Euro da gekostet. Und dann kostet jeder Effekt nochmal 20, 20, äh, obendrauf, den du da brauchst. Und so weiter und so fort. Ähm, also... Ganz ehrlich... Hätte ich das alles vorher gewusst, ich hätte mir das dreimal überlegt. Auf der anderen Seite ist es geil, so eine Kamera zu haben. Auf der anderen Seite ist es geil, solche Programme zu haben. Ähm... Wenn man es nutzt, dann lohnt sich das auch. Aber für zwei, drei Videos lohnt sich das einfach nicht. Genau. Und ich würde sagen, wir sind jetzt über drei bis... Ähm, über vier Jahre sogar schon aktiv auf YouTube. Bei uns lohnt sich es inzwischen. Hat es sich amortisiert, glaube ich, die Investition. Ähm... Da muss man einfach sagen, ähm... Müsst ihr selber wissen. Also, ich als Anfänger würde sagen, nein. Genau. Also... Wundert euch nicht, wenn ihr hier solche Technik seht. Ja. Die haben wir uns halt angeschafft. Aber Anfängertechnik ist es halt eben auch nicht mehr. Genau. Es ist hier auch angeschrieben, ähm... Erdrutsch, Durchgang verboten, Lebensgefahr. Ja, wo, darum ist diese Zugangsstraße hier eigentlich auch nicht mehr existent. Und es gibt nur diesen Pfad hier runter. Oder halt... Noch weiter weg, Wanderpfade. Keinen direkten Zugang per Auto mehr. Ja? Oh. Ja. Also das ist jetzt History Heroes. Was man sieht. Wir betreten jetzt nicht einfach irgendwelche Flächen, um das Klicken, Klickeswillen. Klicken auch machen können, um euch jetzt hier, boah, die Abgründe zu zeigen, äh, den Weg verlassen können und auf alle Warnungen scheißen. Das hätte man tun können, ja. Um halt sich darzustellen als die Entdecker, die, ähm, boah, furchtlosen, keine Ahnung was. Die furchtlosen Idioten vielleicht, ich hab keine Ahnung. Also, auf jeden Fall, ähm, respektieren wir solche Schilder und, ähm, wir gehen auch nirgendwo hin, wo wir nicht rein dürfen. Also das ist History Heroes, nämlich, genau, da verstehen wir, alles andere sollen andere machen. Die können das super toll, die können sich geil erschrecken, die können irgendwo einbrechen und das filmen und toll finden. Alles gut. Wir machen das nicht. Bei uns seht ihr halt solche Aufnahmen. Genau, wir sind die Langweiler oder den Lost Places Erkunder, äh, genau, Erkunder. Ja, aber so langweilig fühle ich uns eigentlich auch nicht. Musst ihr da selbst entscheiden. Genau, also im nächsten Teil zeigen wir euch den Bergruits, aber ich will nicht zu viel spoilern. Auf legale Weise. Genau, das geht nämlich dann auch normal. Ähm, okay, sorry, dass da jetzt mein Senf dazu gegeben habe, aber ich finde das einfach wichtig. Das Thema ist einfach, ich weiß nicht, ähm, die Lost Places, Lost Places, äh, Kategorie, die schießt ja in YouTube tatsächlich ja durch die Decke. Und, äh, wenn man sich das so anguckt, was da alles so passiert, ähm, 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 ähm. wir kommen jetzt auch hier entsprechenden hinweisschildern ich würde sagen mooriges gebiet wahrscheinlich noch ein tiefmoor, kein hohenmoor wird vermutlich der erste hinweis auf den ort sein wo wir hinwollen guck dir das an die bäume mit dem moos hammer ja da haben sich björn und pilz nicht so gut abgesprochen das liegt daran dass wir funk mikrofone haben und wir haben am anfang gelost wer darf sprechen wer nicht ja stimmt sorry wenn nicht die leute die jetzt quasi hier sprechen müssen sich natürlich dann auch irgendwie ein bisschen was zurufen oder sagen hey sag ich was sagst du was und es ging halt in dem fall nicht christian stand einfach bei mir da vorne ist jetzt wie weit das weg ist der björn konnte nicht hören was der christian sagt und somit kam es zu diesem querpegler sage ich mal so die lösung hier wäre im prinzip nochmal ein headset dran zu schrauben da gibt es bestimmt eine audiobuchse an diesem tollen mikrofon und die trägt der kameraführer quasi mit sich und kann immer sagen hey ihr quetscht gerade asynchron wieder synchronisiert das war so der nächste schritt der mir einfallen würde um das ganze thema ordnung einkehren zu lassen also ihr seht man kann hier wieder investieren um ein problem zu lösen genau ja aber jetzt aber an der stelle nicht und das ist auch nicht schlimm ich meine was der christian sagt das ist ja total interessant passt ja auch da rein genau also moriges gebiet hier gut auch schlucht können jetzt auch hier sage ich mal diese schwemmfläche hier drüber gucken sieht auch wie fast wie ein urwald das ganze hier wirkt das ist wirklich habt ihr gerade gehört björn sein equipment seine kamera ja also er war mit zwei kameras bewaffnet richtig es wird mir sehr schwer das sind worte zu fassen einfach weil so ruhe und dass er zwei so kameras dabei hat das macht ja das ganze so unglaubwürdig weil die kameraführung ist ja nahezu perfekt also ich finde es krass nur tümlich ist und ja findest du nicht dass das hier so ein bisschen was von herr der ringe hat ich dachte er und von basket wird so ein moor ja 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 ich suche gerade so die die location in meinem kopf wo genau ich glaube da wo arvin und aragon sich zum ersten mal getroffen haben ich weiß nicht kann das sein björn da die richtung an das hast du gedacht na aber auf jeden fall ist es eine sehr sehr sag ich mal sag ich mal sehr fantasyvolle begegnung oder städte location zurück über den kleinen bach genau der jetzt uns eigentlich immer an der rechts an der seite begleitet hat bis hier runter man sieht der ist nicht so groß und stark aber wenn man die schäden in der schlucht ansieht der wird sicherlich immer wieder in der frühjahrsschmelze zum reißenden strom ich wollte gerade sagen also mit ihr vorstellen also wir haben erst vier minuten vier minuten vom video gesehen und ich habe schon 21 minuten gelabert das führt zu einem thema ich werde das bisschen beschleunigen dass man ein bisschen strecke machen das was sie jetzt entsprechend runter kommt man ist schon nicht schlecht ja gut jeder sieht es hat ja quasi gut geregnet und das war auch sehr nasser winter hatte ich so einen eindruck wenn man jetzt die meteorologen so frägt sagt nein dürre kann sein ich weiß es nicht aber auf jeden fall kam es darunter auf tage davor wie sau und das sind die nachwehen was wir hier sehen es ist unglaublich eindrucksvoll die natur hier am werk zu sehen nun gehen wir aber weiter zu dem standort des ehemaligen kurz für das schön solche einspieler zu haben das bricht das ist einfach nicht anzusehen so fließendes wasser ist cool wir sind jetzt hier auf unserem ende um sie als die schöne ruine wo wir gerade noch waren wir haben einen zugangspunkt man sieht sehr schön hier dass das alte mauerwerk von der brücke geht von hier drüben bis darüber aber man sieht auch hier also schon sehr verwachsen alles und auch diese reste sind einfach wenn der bach wie man hier jetzt von links sieht runterkommen und gerade der schmähschmelze hier wahrscheinlich alles überschwemmt und auch immer wieder ablage hinterlassen gerade aber dann hier auch rum gucken sieht man ja auch schon unten der durchgang sehr zugesetzt und das war mal eine schöne brücke aber inzwischen ist noch viel zeit und leider kümmert sich keiner mehr darum entsprechend sieht man das also ihr seht hier das erinnert mich dran wer hat mal einen kommentar unter dem video gekriegt nicht jeder interessiert sich für steine oder vermauern also wir schon deswegen muss auch so eine brücke beschrieben werden hatte christian toll gemacht vergessene bunkeranlagen das ist noch von einem dieser kur häuser hier genau das ist du hier mit betonsäckel als ob du betonsäckel bekommst du bist auch ein beton und ich denke da vorne werden ein bisschen rast machen und dazu was erzählen was jetzt davon ja ich glaube wir brauchen einfach drei mikrofone keine zwei ja die brücke ist eines der wenigsten reste die noch stehen von diesem ort das stimmt und ich finde es auch schön dass man die alte brücke auch mal beschreibt wer weiß wie lange die die da noch existiert ganz einfach außer von dem her alles gut nämlich eine sehr gute idee erstmals erwähnt wurde bad boll im jahr 1467 als ein padehäuschen der nahgelegenen burke tanneck 1840 entstand dann an dieser stelle ein kuhbetrieb dieser lockte viele auch ausländische gäste an und es führte dazu dass 1896 eine london fishing company das ganze tal kauft ja ich habe gelesen dass selbst churchill da drin schon in diesem coort verweilt ist also war zu seiner zeit doch sehr berühmt wenn ich vorschlagen machen wir platz und einen kaffee es gibt dann noch so ein ehepaar auspackt video oder keine ahnung was wir da gegessen haben kein ehepaar sondern so kekse die in einem ehepaar halt eben verpackt werden und guckt es doch mal an auf unserem kanal auf youtube das ist der kekstest dort könnt ihr da schauen wie wir dort die speise zu uns nehmen genau das ist dann jetzt nach dieser aufnahme entstanden dort die kapelle hat man stehen lassen ich vorschlagen kaffee und dann die kapelle erkunden ja gut so hier sehen wir auch schon dieses pechler was hier entspringt und zwar die quelle genau die keine ist übrigens der grund warum man diese kapelle dort gebaut hat also ich finde das ganze ist dort sehr sehr sag ich mal ursprünglich verfallen dadurch hat das ein eigenes flair und wenn ihr jetzt das ganze so seht mit quelle mit dieser alten brücke mit diesen alten gebäuden resten mit dieser kapelle dann könnte da ich so ein fantasy märchen drehen das da war könnte der frosch rausholen versuchen zu knutschen also das kann man da problemlos drehen alles da unten drunter auch noch so eine art fällstube geben wo vielleicht noch mal eine zweite rausgaben aber da sehe ich noch nichts von so über diese kleine brücke hier kommt man dann hier hin jetzt wo vor der philipp schon erklärt gerade also die ist ziemlich in einem schlechten zustand die kapelle der philipp mussten pieren immer noch muss film immer und pieren aufnahmen geben von diesem video genau björn ich habe mal diesen kommentar gelöscht nicht dass das die nachwelt noch sieht björn schreibt schon wieder lustige dinge genau also erinnert mich mal daran dass ich noch die aufnahmen schulde von diesem event damals immer wieder versucht also von dieser session von diesem ausflug hier wieder herzurichten ich gehe noch den weg drum herum schauen wir mal hier oben wir haben hier noch so eine art trug das wasser vom drauf da oben sammeln sollte man sieht diese maueranker ich weiß es hat sich damals ein verein gefunden der versucht diese kapelle hier zu erhalten und ihr seht auch die haben hier aber schon einiges gemacht eine stützdecke eingezogen da hinten den ak das haben sie geschützt ich schau mal das ja eigentlich ist die köche am einfallen und es überhaupt noch ein wunder dass sie so lebt also diese stahlträger sind der absolute wahnsinn ich vielleicht noch wieder für euch finde wieder zu umbringen auch von außen haben die ja richtige nägel reingebohrt damit zusammengehalten wird ein bisschen besseren zustand aussahen heute steht vom Kurort Bad Boll nur noch diese eine kapelle diesen bildern könnt ihr ein paar weitere details erkennen die aufnahmen stammen von wikipedia heute kümmert sich gott sei dank ein verein um die kapelle und deren erhalt seht ihr auch das war bemalt ja wohl auch sehr schön ich habe davon bilder gesehen da sind jetzt im moment nichts davon also hier so ein bisschen da zwischen den fenstern sieht man diese tupfen da oben ist auch immer so der bion das der einzigste der die bilder schon kennt oder die location sich angeschaut hat und das ist auch da ist der wo was im video dazu sagen kann wir anderen zwei also christian und ich wir quatschen einfach nur ja das ist schon sehr interessant man sieht ja auch in dem boden die karen hier wird ganz immer rot gehalten gewesen sein biond ist bei uns der kassenstreber das stimmt hier außen sieht man hat das mit so herr putz gemacht hier oben aus anstein hat das für mich das eingangsportal schön wir gehen noch mal so weg hoch und darum herum die kapelle ja wir gesehen eben dass das nicht ganz so gut im schuss ist nein gar nicht was wir dort diese zwei menschen der da gesehen habe und die anderen zwei das waren so ungefähr die einzigsten über hin zu mir gesehen haben finden gut hinter kam noch eine familie aber dass du leuchtest hier diese grotte aus philip sehr eindrucksvoll und jetzt schaut euch mal die taschenlampe an ey kriegt ihr nicht hin ich kann keine taschenlampe mit der ihr sonst hinkriegen würdet wir waren ja schon in die höhlen und haben mit funzeln dort gearbeitet das ist kein vergleich also dass diese kamera ist einfach nur pervers die kamera diese taschenlampe oder so bestanden haben sieht er auch links und rechts so zwei figuren in der mitte war noch mal platz für eine ja sehe ich jetzt schlecht oder ich mach den laser da ja tatsächlich also du hast hier hier was von oben gekommen ist du siehst hier dieses tonnengewölbe von oben aber dieser tropfstein da hinten siehst du diesen stein dort unten also schon crazy der björn hat ja extra so ausleuchtungs dinger gekauft so richtig strahler mobil mit akku jetzt habe ich einfach so haben die mir einfach so eine taschenlampe da geschenkt jetzt hast du mich einfach labern geht wieder gell und dann schauen wir hier noch mal weiter es gibt noch einen raum man sieht man hat hier versucht dass wir so eine art felswand nutzen zu lassen und hier haben wir mal bis der gute philipp kommt er braucht ja licht hat man zugeschweißt ihr seht ihr noch das war mal offen jetzt geht es nicht mehr auf ja also man macht hier schon einiges um diese kapelle zu erhalten also wirklich ich weiß nicht ob ihr das erkennen könnt hier diese schützkonstruktion doch können dass da oben wird vermutlich sogar noch original sein das ist ja auch wie das gerostet ist diese träger die da drin sind also ja ja das hat man verputzt alles krass das ist echt über so was da runter kommt vom berg das ist schon naja da hatten sie auch schon früher auch gespart glaube ich oh ja ja sorry den ein oder anderen der triggert solche kommentare natürlich tut mir leid wenn ich da jemanden mit beleidigen aber sieht man einfach herr eine nasse wand ist eine nasse wand und das ding ist im berg reingebaut was haben sie vergessen wahrscheinlich eine drainage irgendwo muss das nasse wasser ja hin muss ja ablaufen und ja ich will jetzt nicht von fehlkonstruktionen sprechen aber es ist halt so also wohin soll das wasser dann also beantwortet die frage selber also ja meines arztes nach muss man einmal links und rechts rum kompletten graben ziehen und entwässern ja sonst anders kriegst du das ding nicht trocken geht ja nicht ja aber wahrscheinlich ist die kirche in einem fels gebaut und dann läuft das wasser halt am fels runter aber es versiegert halt nicht es drückt hat gegen die wand und dann passiert hat das was wir gesehen haben eine frisch verputzte wand ist nass jetzt kann man sich die frage stellen ob das ganze fachmännisch ist ich sag halt mal das hat nur ein verein das heißt nur ein kürze lang gibt es den verein aber die tun halt alles erdenken mögliche das ding zu zu retten ja aber es ist halt verflucht aufwendig und ich glaube halt auch dass es nicht einfach ist diese kirche da instand zu setzen und da haben die sich echt eine aufgabe gesetzt also diese nassen wände sorry ja björn schreibst gerade in den chat denkmal schutz kommt noch dazu und wird das ganze verteuern ja man muss ja auch noch historisch sanieren wahrscheinlich das bedeutet das auch nicht einfach neue mittel oder wege machen die es damals nicht gab ja also ich sehe gerade björn da unten ist das alte logo das muss man austauschen genau also überhaupt denkmal schutz der denkmal schutz das ist ja also und noch jetzt auf meinen ausgangskommentar einzugehen ja das ist halt einfach ja die haben keinen spaß die werden jetzt auch keinen spaß haben das ding ist kurz vor verfallen und die werden kotzen ganz einfach also naja egal ihr habt das ding gesehen das ist einfach baufällig punkt jetzt laufen wir weiter dass wir diese bräume hier ist die sogenannte engländer allee das hat ja mal diesen londoner fischverein da gehört wenn man sich das hier anguckt kann man das irgendwie schon verstehen warum die diese gewässer und ja dieses tal hier gekauft haben schon sehr eindrucksvoll wenn ich mir das so im sommer vorstelle das muss durchaus ja gut das stimmt das hier wird einer dieser fischweier gewesen sein die haben teilweise auch noch so altarme sag ich mal hier von der wutach verwendet zur fischzucht man sieht auch hier führt noch mal irgendein weg hoch wenn sich das hier anschaut aber den werden wir heute nicht erkunden weil das geht ja dann durch den sumpf und oh gott und hier haben wir noch eine entsprechende wiese damals auch dazu gehörte man sieht auch wie das in welchem zustand das ist und ja die zwei davon haben ihren spaß das ist gut so also ich würde nicht sagen dass die zwei davon spaß hat nicht verwerten als gruppe sehr guten spaß also das war eine tolle 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 wanderung wenn es euch mal interessiert wie so eine wanderung abläuft ich habe habe schon mal im letzten streams mal was dazu gesagt aber eigentlich ist immer recht spontan einer sucht dieses tier aus meistens ist der pjörn heißt da und da fahren wir hin und dann sagt man ja oder nein wir sind dahin gefahren und jetzt hier habe ich gesagt hey wir sind ja schon auf dem weg in tun nach donau erschien dass uns auch schon kurz vor besuchung besuchen haben wir auch video gemacht könnt ihr auf dem kanal sehen dann haben wir die donauquelle quasi gefilmt sind wieder ins auto gestiegen so weiter gefahren und zum nächsten spot also hier raus gehüpft und haben dann da quasi ganzen tag verbracht und sondern so gegen 16 30 17 uhr irgendwas essen gegangen war total fertig und sind also um 20 oder heim gewesen und tot ins bett gefallen und sind aber eigentlich schon morgens glaube ich um sieben oder acht los haben wir zum acht bei irgendjemand getroffen wo sie schon los also so ein tag ist doch sehr anstrengend und auf jeden fall ist der ganze ablauf von so einer aufnahme bis hin zu so einem video bis es kreiert ist bis die idee entstanden ist wie man schneiden soll doch echt aufwendig und mittlerweile glaube ich hat das alles der björn gut drauf und kann das natürlich auch gut wie soll ich sagen gut verpacken und auch gut in einem ablauf zusammenschneiden also ich finde es klasse wie das dann immer am ende herauskommen genau jetzt mal noch mal zurück zum video man muss verstehen dass das alles teil des kurbetriebs war auf der wiese die rechts gesehen hat fand sport statt auf diesen auen oder alt arm des flusses könnte man bötchen fahren sogar und eine ausfahrt zum fahrfall machen die moment die dann noch standen waren teil einer allee so viel dort ist künstlich angelegt und teil verwildert also das was ihr jetzt hier noch gerade so seht in den schatten und wenn ihr euch jetzt fragt wo ich jetzt diesen text habe die die jury im hintergrund also die redaktion im hintergrund habe mich gerade darum gebeten noch ein bisschen mehr zu diesen wiesen zu erzählen also ihr seht auch das ganze moos hier an den bäumen und hier seht ihr die felswände jetzt hoffe ich dass ihr das erkennen könnt also das was ihr seht ist künstlich und die bäume sind teil dieser allee das ist wirklich schon extrem eindrucksvoll wie gesagt das ist immer noch teil dieser ja also ihr müsst ihr euch vorstellen das waren kurbetrieb kurort eingangs dieses bild gesehen wo die häuser darauf abgebildet waren und ich glaube wir kommen jetzt noch zu dem teil der noch spannend wird will ich jetzt nicht spoilern aber was sie da alles gemacht haben brutal zu den felswänden leider kann man das auf diese kamera jetzt hier auf dem kleinen bildschirm nur so uns schlecht erkennen aber wenn man sich das anschaut wie hoch das geht das ist schon da oben hat nur noch hüllen das können wir den eingang von einer erkennen dort obwohl nah das ja also es gibt da viele löcher und event also wer auch so was steht auf so höhlen und et cetera pp der ist da auch sehr willkommen und eingeladen sich mal die schluchten dort anzuschauen da oben auf was ausgebrochen ist da oben also weitere klüfte im fels also ist auch bekannt dass die in der wachschlucht mehrere hüllen sind wir nähern uns jetzt was halt schade ist das naturschutzgebiet und ich hätte jetzt spontan gesagt jetzt packt doch einfach die drohne und fliegen mal so eine höhle hoch weil das ja auch spannend aber leider das naturschutzgebiet da musste überall von 100 meter sein mit der drohne dann darfst du erst filmen genau und das ist nicht jetzt müsst ihr nicht mit den augen rollen und sagen willkommen in deutschland das ist europa europäisches recht das heißt es gilt in allen europäischen ländern auch genau und wie ich feststellen musste zu recht mal weil so eine drohne mal ins gesicht zu bekommen oder so eine drohne mal ungefragt über sich schweben zu haben ist halt auch kein tolles gefühl und deswegen so wie es momentan geregelt ist finde ich ganz okay da für uns hobbyfilme ist es halt ein bisschen immer schwierig weil du kommst dann aufnahmen ran aber sage ich mal so für die allgemeinheit ist damit ein guter umgang gewahrt im wasserfall das rauschen wird immer stärker und ich sollte jetzt aufpassen nicht immer ablenken von diesem video wir waren jetzt beim wasserfall und da wird noch mal sehr spannend und glückliches zeichen und das sind stromschneiden wenn ihr jetzt mal schaut lieber schalli also ich ich war auch 42 minuten rum und wir haben 15 minuten schon von dem video geschafft klasse ich weiß gar nicht wie der das immer so erkennt dass das ein altarm war dann für mich war das einfach nur weg jetzt kommen dann alte brücken meine fresse ich fühle mich aber ich muss ganz ehrlich sagen wenn man sieht was das wasser hier für eine strömung hat also schnee schmelze schwere regenfelder danach machen halt aus dem fluss halt nicht ein stilles wasser ist absolut unglaublich absolut unglaublich aber hier müssen wir einfach mal stehen bleiben dieses das ist absolut irre ich weiß es total fies weil jeder hat so seine ängste und seine probleme und ich will den pjörn jetzt hier auch nicht schlecht machen gottes willen gern nicht falsch verstehen aber wisst ihr ich laufe ja auch über die dinge da drüber und für mich ist das alles immer so ja laufe ja drüber dann gucke ich lege so rein ich denke mir einfach nichts dabei laufe da einfach weiter und dann drehe ich mich einmal um und ich sehe da so einen pjörn so ganz langsam schleichend über dieses ding denke mir jedes mal oh gott was habe ich getan ja alles gut und wie gesagt pjörn hat es überlebt wir haben ja auf dem rückweg einen guten deal gefunden wie er das ganze umgehen kann also von dem her alles gut und ja also schaut euch mal das panorama an links und rechts der fluss also rechts der fluss links die bergwelt die hänge brutal und dann noch dieses gestein ja und da wo ihr dann noch so quasi das erodieren seht oder beziehungsweise dieses oxidieren oder dieses rosten halt von metallhaltigem gestein das ist schon ein erlebnis ja also es sieht auch toll aus ja und es hat echt erholungswert vor allem wenn du alleine unterwegs bist und da ist niemand ja also da ist da war keiner so das war einfach toll das also ich kann das gar nicht in Worte fassen absolute Wahnsinn absolut irre da waren wir denn die morschen Bohlen so Philipp ist hier auch nochmal ganz nah rangegangen also absolut irre jetzt geht es hier am fluss weiter also wirklich das ist einer der beeindruckendsten Touren die wir gemacht haben und ja diese Menschen haben hier noch lustige ja also ich halte von den Düngern nichts ja ich weiß bin voll doof und so aber wieso muss man da einen Stein draufstellen und vor allem so nimmst du ja der Natur die Möglichkeit weg sich zu verstecken also so Käfer oder keine Ahnung was die brauchen Steine um sich zu verstecken als kommt da irgendeiner daher und kaut sich da so ein so ein Ding ja also keine Ahnung okay ist heil gebraut ähm ja da habe ich auch schon geraged cool wusste ich gar nicht mehr so der gute Christian der ist natürlich schon mal wieder der der Pihan versucht mich zu ignorieren kästlich einfach nur kästlich Da hat sie dann gesagt, nein, nicht in meiner Aufnahme. Nicht in meiner Aufnahme. Am richtigen Ort. So. Hier sind wir am Wasserfall. Man sieht schön, wie er von da ganz oben runterkommt. Entsprechend das Gefälle hier, der Hauptabfluss. Schön anzugucken. Nicht groß, aber schön. Ja, und man muss wissen, dass dieses Ding halt früher, also schon vor 1900, elektrisch beleuchtet war damals. Aber man muss sich das vorstellen, die haben ja schon einen unfassbaren Aufwand betrieben für diese Kurgäste. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen heute. Naja, ich könnte jetzt so übertreiben, so boah, mindblowing. Naja, die haben halt einfach schon mal Licht gehabt und haben dann Kabel hingelegt und haben es beleuchtet. Richtig. Aber wir müssen jetzt einfach mal überlegen, was das damals für eine Zeit war. und euch überlegen, dass es von dem Ort jetzt gar nichts mehr gibt. Also da ist nichts mehr. Der ist einfach verfallen. Beziehungsweise wurde abgerissen. Und das ist einfach krass. so einfach mal ausradiert. Ja, da gibt es Infotafeln, wen es interessiert, den kann man noch Infotafeln zeigen zu diesem Dorf. Oder ihr lest euch einfach die Wikipedia an. Letzt ihr durch. Da steht noch alles genau beschrieben. Genau. So was war damals auch sehr teuer. Ja. Hier führt sogar noch ein kleiner Weg weiter. Wir sind aber jetzt, sag ich mal, als nächstes am Schauen, dass wir ein Stück Wutach aufwärts wieder wandern. Ja, also wenn ihr, könnt ihr jetzt auch eine Weile noch nach unten laufen. Dann könnt ihr so nochmal am Tal entlang. Dann kommt noch ein größerer Wanderparkplatz. Ist wirklich toll. Also ist auch gut erschlossen. Ihr kommt da relativ schnell und gut hin. Zu der Stelle. Aber die Stelle ist nicht alles. Also da kommt noch ein dritter Teil von dem Video. Das wird nochmal richtig, richtig cool. Also ich glaube, auf den freue ich mich am meisten an den dritten Teil, weil die Burg war ja schon sensationell und, sag ich mal, so dieses verlassene Dorf war jetzt auch sensationell. Aber der dritte Teil, das wird nochmal so richtig, so eine richtig geile Nummer. Das seht ihr so die Vielfalt von der Wutachschlucht. Aber dieses Schmanker hier, das wollten wir euch noch zeigen. Denn auch das gehört noch dazu. Genau. Ja, ihr seht, der Weg hierher ist durchaus abenteuerlich und wunderschön. Sagen wir so, ich bin über die Trüchte gegangen. Seid halt vorsichtig, weil die Wege sind gut, aber man braucht vor allem festes Schuhwerk. Damals wieder festes Schuhwerk. Was ich noch einfach sagen wollte, ist, nicht vergessen, seid nicht enttäuscht, wenn der Fluss nicht so aussieht, wie jetzt, in diesem Video, weil es hat davor geregnet, es gab eine Schneeschmelze. Es ist völlig normal, dass der Fluss etwas mehr Wasser hatte wie üblich und dass die Nebenzuläufe auch mit Wasser gefüllt waren. Es kommt auch, sag ich mal, vor, dass weniger Zuläufe Wasser führen und der Pegel etwas niedriger ist, der Fluss etwas ruhiger. Aber, also, seid nicht enttäuscht, wenn es nicht bei euch so ist wie in diesem Video. Genau. Nur eher, wenn man sich die alles anguckt, gerade wenn man hochguckt zum Wasserfall. Die umgestürzten Bäume werden nicht mehr weggeräumt. Das sieht man auch am ganzen Fluss entlang und so. Die Wald- und Fortarbeiten räumen nicht mehr aufkommen und das ist recht schade, weil ich glaube, der Antlik wäre einfach auch noch schöner, wäre es ein aufgeräumter Wald, so wie es sich eigentlich in deutschen Wäldern gehört. So wie es sich in deutschen Wäldern gehört. Okay. Urwald wieder machen. Jetzt einmal noch mal ein bisschen näher ran. Ja, der Fachbegriff für Urwald heißt Bannwald. In der Hoffnung, dass ich hier nicht runterfliege. Und das geht. Man sieht hier auch schön, wie der Wasserfall auf Lagerung, oh, so ein Schwall kalter Luft hin, der sich da immer weiter vorarbeitet. Absolut eindrucksvoll. Wirklich wunderschön. Und ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch das mal an. Wirklich toll. So. Und dann, liebe Leute, geht's wieder weiter. Also, bis zum nächsten Mal Bye-bye, historyheroes.de Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Hm. Mal gucken, ob der Pian auch ein Easter Egg da gelassen hat. Heute ja kein Easter Egg. Ich würde sagen, wir haben bis zum Schluss geguckt unter doppelter Geschwindigkeit. War auf jeden Fall sehr sehenswert. Und mir hat das Video gefallen. So vom Aufbau her hat das ja auch Sinn gemacht. Und es wurde ja auch viel erklärt. Man hätte jetzt noch auf die Schilder eingehen können, die da jetzt am Wegesrand standen. Ja. Mal gucken, was im dritten Teil noch kommt. Ja. Also mal gucken, was da noch im dritten Teil kommt. Ich würde dem jetzt auch nicht vorweggreifen. Ich weiß nur, dass wir den Erdrutsch nochmal genauer angeschaut haben. Dass ich einen Wasserfall durchlaufen bin, der quasi auf einem, auf einer Straße war. Ich weiß, dass ich, als ich dann da war, nochmal Ruinen entdeckt habe. Eine alte Mühle ging es dort, die wir nachverfolgt haben. Ja, also die dritte Folge wird ziemlich actionreich und, sag ich mal, informationsgeladen. Und ich weiß jetzt nicht, was dort jetzt noch der Björn so reinschneidet. Aber das werden wir dann alle sehen, wenn es soweit ist. Genau. Aber vielleicht kann der Björn dann nochmal die Schilder vom letzten Mal einblenden. von diesem verlassenen Ort. Das zumindest mal nochmal erklärt wird, warum, weshalb. Zumindest die, die, die Zeittafel war ganz interessant. Wann wurde der Ort gegründet? Wann abgerissen? Durch wen abgerissen? Genau. Ja, also wir sind über diesen Fluss gelaufen mit einer krassen Brücke und wir durften natürlich den ganzen Aufweg wieder hoch. das fand eine Person von dreien nicht so witzig. Das weiß ich auch noch. Naja, alles gut. Um sowas zu machen, braucht ihr Kondition. Guckt uns an, wir sind jetzt nicht die Sportler. Also ich nicht, definitiv nicht. das langt auch. Aber, ich muss ehrlich sagen, etwas noch kooperiertere Menschen wie ich und etwas kurzatmigere Menschen wie ich, die hätten da schon ziemlich zu kämpfen an dem Aufstieg. genau. Genau. Ja, das muss ich jetzt erwähnen. Björn wünscht, dass ich noch erwähne und vor allem sollte man das nicht machen, wenn man noch so einen Gripphalleffekt auskuriert. Ich glaube, Björn war davor noch krank. Genau. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr jetzt an dem Video toll fandet oder was nicht. Schreibt auch in die Kommentare, ob ihr jetzt die Reaction toll fandet oder nicht. Weil, wenn ihr das nicht toll findet, dann brauchen wir das ja auch nicht, wie soll ich sagen, mehr machen. Und schon gut, ist dann weniger Arbeit für uns. Wie gesagt, wir machen das Ganze ja aus Spaß und nicht aus monetären Ansätzen heraus. Und mein Traum ist es jetzt nicht, mit YouTube meinen Lebensunterhalt zu erstreiten oder bestreiten. Weil da gibt es, glaube ich, weiter aus einfachere Dinge. Genau. Aber nichtsdestotrotz wäre es cool, wenn ihr da einfach einen Kommentar drunter lasst, damit wir einfach wissen, was geht, was geht nicht. Boah. Boah. wollteband. Untertitelung des ZDF, 2020